Hallo Leute, willkommen zurück zu Letz... äh, Sordodone. Los, so. So, wir werden jetzt die ganze Ausrufe, zeig mal wieder anlabern, das heißt, sehr viel Gelaber wahrscheinlich, sehr wenig spielen. Was? Stolera? Wie war das, dass du diese姿 hast? Hm, ich kann auch sein, dass du eine sehr gute姿 hast, oder? Ich bin gerade auch, warum. Ich bin gerade der Verst du dann mit dem anderen Daten, der sich auch immer den Spitz von Kirito gibt. Also, dass ich mich da, wenn ich jemanden habe, wie das so funktioniert, ist das so, was ich auch nicht? Also, ich bin da, dass du so, wie du mit dem Kirito bist. Um, wenn du mit meinem Geist bist? Hm, wenn du so bist, wird es so, dass du so bist. Ah! Kirito, ich verschwärts mich! Ja, das ist der Ort, wenn es der Ort ist. Eich! Ich bin in der Brüse. Ich bin sehr gut. Das ist das erste Mal. Nein! Straya! Ich bin schlecht, also ich bin schlecht. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Okay. Okay, erstes Glaube. Baba 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 Baba... Ich find's halt nur als Letzplay ist das ein bisschen blöd, weil ich dann weniger reden kann. Aber ansonsten will ich das nicht so schlimm, wie ich sehr viele erst selbst finden. Kirito und Reifa haben... ...eine nur nur von mir, dass ich nur von einem kleinen Freund zu sehen... Hä? Ich kann nur von einem kleinen Freund zu sehen... was hat denn mit einem kleinen Freund? Oh, wasser... ... Geh'un? ... oder? Ja. Wenn du das mal schaust, dann kommst du... ... aber du? Tschüss? Ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich-ich! Wirklich? Wie ist das so zu schreien? Der Klisch ist das so zu schreien. Genau, ich und mein Herr ist nicht so zu schreien, aber ich kann es nicht mehr so zu schreien. Ich habe es nicht mehr so gemacht. Was ist das? Hey, ich bin gleich. Was ist das? Ich habe es nicht mehr so gemacht. Ich habe es sofort, dass meine Eltern die Mutter von der Frau, der Frau von der Kierigay家, und ich habe es nicht mehr so gemacht. Ich habe es nicht mehr so gemacht. Ich habe es nicht mehr so gemacht. ... Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. 何かを口に突っ込まれた? これは、チュロス? よくわかんないけど、そこのお店で買ったんだ。 たしかにうまいけど、いきなり口に突っ込まないでくれ。 あはは、ごめんね。 りょう主様が食べさせてあげるなんて、めったにないことだから。 Ja, das stimmt. Ich werde dir einen schönen Tag geben. Einen schönen Tag? Ja, ich kann es nicht sehen, dass ich hier ein paar Mal sehen kann. Ja, ich weiß. Ich bin ein paar Mal gekommen. Was soll ich sehen? Ich glaube, das ist gut. Ja. Ja, das ist ein Schmerz, was ich nicht gehört habe. Was ist das, dass wir uns immer wiederholt werden? Wir sind vor dem Alisha. Los geht's! Das ist ... Ja, aber es ist nicht nur ein Schmerz. Was ist das Schmerz? Das ist ein Schmerz. Ja, das ist ein Schmerz. Ist daね 室6室 Nundeそんなものが a 人がいるぞ 俺を 咲くやさん 君を ルー お前の仕業か のメニュー あの これってどういう これは月光鏡って言ってね この魔法を使うと鏡を通して 遠くにいる人と会話ができるんだよ へー すごいの ディシュー とりあえず サクヤちゃんを映してみました とりあえずで人のプライベートをのぞくな それより わざわざ月光鏡を使って 何の用だ 特に用はないよ キリト君に鏡を見せてあげてるだけ まったく 人のプライベート空間を 勝手に映すでない あはは サクヤちゃんは厳しいな それはそうと キリト君とくっつきすぎじゃないか そうかな だってこうしないと サクヤちゃんの顔がちゃんと見えないんだもん あ ちょっと もう少し付き合ってね キリト君 ん? 何か言ったか? んー 何でもないよー アリシャさん 完全にサクヤさんのことをからかってるな そうそう 今からこの子とデートなんだよー え? なっ デート? ルー いつからキリト君とそんな親密な関係になったんだ? えぇ サクヤちゃん 気になるのかな? そんなわけないだろー この空間も元通りだ んー 君はどう思うかな? ど どうって言われても あはは 困った顔もかわいいね は? あはは もうちょっとからかいたいけど うーん ザー さて 中断してたダンジョン攻略を再開しに行くか? あの合体した鍵で入れるダンジョンを探すんだよね? どこかしろ? さばくの島に行ってみましょ? あーーー シィット あーーー ボイン ボイン あーーー あーーー 事が終わり あーーー ほうびく これが勝負ってないよ あーーー ほとばかなり だったらー どぼあーくかも あーーー Oh, wow. ich bin gespannt wie weit wir kommen ich will eigentlich, ich nehme mir heute alles auf X auf deswegen kommen auch schon wieder so viele Parts aufeinander ich will eigentlich gucken ok da lang geht es nicht ich will ja eigentlich gucken dass ich heute wo ich es aufnehme auch fertig werde mit der Wüste müsste ich eigentlich glaube ich sogar hinkriegen Vergiftung echt jetzt ok hier geht es nicht weiter Alter dieser Golem der hat so viel Abwehr Abwehrmacht wie komme ich jetzt am besten dahin ich bin zu viel Oh, da ist ja nur Level 600. Juh, klar. Den gegen den leg ich mich jetzt an. Ist klar. Ich hoffe, der verfolgt mich jetzt nicht. Ja, okay. Er lässt mich in Ruhe. Okay. Wie komme ich da rein? Ah, da haben wir es. Beitrautes Höhle. Juh, war der Richtige. Höhle. 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 Wie immer, Kirito. Okay. Gleich sind wir Level 180 mit Kirito. Okay, da geht's runter. Und die laufen einfach vor. Scheißegal, wenn wir noch hochkommen. Pfff. Wain, wie juckt's, okay? Einfach vorlatschen. Typisch Asuna. Ein Fragezeichen durch. Und 6000. Okay. Money, money, money. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin. Lein. Wie ist es? Waaah. 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 Okay, die Stalkerin. Hättet ihr jetzt gern mal ins Team mitgenommen? Müsste ja eigentlich hohes Level sein. Nein! Nein! Ach, Kirito! Jetzt! Egal, das wollte ich gar nicht. Okay, auf jeden Fall kann man jetzt wieder hoch. Aber das will ich ja noch gar nicht. Natürlich, wieder vergiftet. Warum auch nicht? Ich liebe es vergiftet sein. Das sage ich! Atrium-Schlüsse. Ne! Mechanismus? da geht es ja wieder raus das will ich ja nicht hat das mechanismus oder durch den schlüssel ah durch den schlüssel ich bin paralysiert ok jetzt nicht mehr ok ok dann können wir jetzt in die andere tür rein wo höchstwahrscheinlich ein boss wieder auf uns wartet oder nee da gibt es einen stockwerk höher wahrscheinlich scheiß husten leute scheiß husten die ganze woche habe ich kaum zeit gehabt parts aufzunehmen und dann wenn ich mal die zeit habe muss ich natürlich krank werden aber es geht ja ich denke mal nicht dass es so abstört guck ja eh dass ich nie ins mikrofon heim musste okay gleiches spiel nochmal okay 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 ja okay Aber endlich mal wieder neue Viecher. Okay den Boss hatten wir ja schon. Aber die Kleinen hatten wir bisher so nix und die sind jetzt neu. Oh Ausdauer kaputt gegangen. Nicht aufgepasst. Okay beim Kämpfen fällt mir das kaum auf. Kirito. Hey Lain. Hast du wieder? Oh. Was ist das Lain? Ahaha. Kirito ist so schön. Oh ho ho. Oh oh. Ok, ein Rackenstein? Ich bin gespannt was man mit den Tragensteinen machen kann. Bestimmt auch nur schmieden. Die haben es echt überlebt. Das ist was ich. Sieht immer gut aus, Kirito. Das ist das genug. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Oh, ein Golem und so dort. Golems haben eh eine mega Kackabwehr. Okay, ich nehme das Skelett. Halt auf. Alter, was hat er mal in der Asta angetan? Gott sei Dank hat er sich gleich wieder gehalten. Egal, Skelett sind gleich los. Hey, ich habe doch Abwehr... Stopp, Skelett. Okay, der Skelett ist weg. Jetzt bleibt nur noch der Obbogen. Der hat einfach eine fucking Abwehrsoppe gemacht. Aber egal, gleich haben wir es. Dafür wirkt halt die Magie ziemlich gut an ihn, wie ich das gerade gesehen habe. Okay, das ist das. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Ich habe es geschafft. Ich habe etwas bekommen, aber was das ist das, was ich? Hm, ich habe keine Art und Art. Also habe ich es nicht. Also habe ich einen Event-Aitem. Ich weiß nicht, ob ich es braucht. Ein Kessel und Fluchtkristall. Jetzt müssen wir noch in die andere Höhle. Okay, das war's für den Part und im nächsten Part werde ich dann bei der Höhle gleich am Eingang anfangen. Bis zum nächsten Mal Leute. Tschüss. 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 Tschüss.